Ein Mann geht zum Sexualtherapeuten und beschwert sich, dass seine Frau keinen Spaß im Bett hat und keinen Orgasmus bekommt. Der Befragte meint, na dann versuchen Sie eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, stellen Sie Kerzen auf, streuen Sie Blumen aus, seien Sie ganz zärtlich. Sollte das nicht funktionieren, kommen Sie morgen wieder zu mir. Der Mann kommt am darauffolgenden Tag und teilt dem Therapeuten mit, dass das nicht geklappt hat. Der meint nun, suchen Sie sich einen jungen Mann, der soll sich nackt vor Ihre Frau stellen und mit seinem besten Stück wedeln und Sie nehmen sie von hinten. Der Mann geht nach Hause, der junge Mann wedelt mit seinem Penis, der Mann packt seine Frau von hinten, doch seine Frau bekommt trotzdem keinen Orgasmus. Der Mann meint zum jungen Mann, los komm, nimm du sie von hinten und ich werde wedeln. Der Mann stellt sich vor seine Frau und wedelt mit seinem Penis. Der junge Mann nimmt die Frau von hinten. Die Frau fängt an zu stöhnen und bekommt einen Orgasmus nach dem anderen. Der Mann zum jungen Mann, hast du gesehen? So musst du wedeln.